Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Dragon Age Whale Guard. Und ja, wir reden mit Baric. Oh, bevor das. Shit, es kann nicht sein. Look at es, Rook. Of course I've looked at it. It hurt Harding, somehow. Get to the point. Just tell me already. That blighted chunk of lyrium is what started all this. In mehr ways than one. If I hadn't found it in the deep roads. You remember the story. One carved idol of red lyrium made its way to the surface and all hell broke loose. It can't be the same one, can it? Oh, look at it. It's changed, but it's the same size. Same ring at the top. Not to mention, it's pure lyrium. No one, not even the dwarves in Orzammar, work pure lyrium like that. It's too dangerous. If that's true, if this dagger is the red lyrium idol from your story, how did Solas cleanse it of the blight? I have no idea. I can't believe you found it. Oh, hey, Rook. I'm not interrupting anything, am I? You're looking better, huh? Which Harding am I talking to? No, go ahead. No, something wrong? Things are weird, but I'm adjusting, I think. That's not what I came in here for, though. All right, Harding. What's on your mind? So, the wardens. I know some. A married couple, Varric and I met while we were tracking Solas. I'd almost forgot about that. I really am getting too old for this shit. Yeah? Oh, yeah. You think they'll talk to us? After the first warden and everything? It's worth a try? I can write them and hope. Okay. Let's see who's in our corner. Okay. No, I'm getting too old for this shit. So, Scout Harding glows now? Is that a thing everyone's doing or just her? It's worth it. No, no, I'm getting too old for this shit. No, no, I'm using Harding. Ja, wir nehmen die beiden mit. Wobei, Lucius hat ja die beste Ausrüstung momentan eigentlich. Nachdem wir ihn dann freigeschaltet hatten, hat es doch ziemlich viel getroppt auch. Was heißt getroppt? Es droppt ja nicht. Wir haben es halt gefunden in den Kisten. Na, getroppt ist da eigentlich herzlich wenig, um ehrlich zu sein. Wir sind. Wir sind. Das Kälte. Ich habe das Gefühl, als das Boot sprach. Das ist die Fade, die direkt an deine Böden geht. Okay. Jetzt sind wir an dieser Schneestelle hier angekommen. Also hier würde ich sogar noch sagen, das ist so platt getrampelter Schnee. Das ist kein richtiger Tiefschnee. Weil im Sand, hatten wir ja gesehen, konnten wir Spuren hinterlassen. Und da wurde sich beschwert, dass man im Schnee keine Spuren hinterlässt. Hier versinkt er aber mit dem Fuß offensichtlich ein bisschen im Schnee. Und hier sind kleine Schneespuren. Okay. Also im Sand hat es geklappt. Komisch, oder? Im Sand hat es geklappt, im Schnee nicht. Hm. Naja, im Sand hat es halt mehr oder weniger geklappt. Das war jetzt nicht. Aber ich würde auch von der Art und Weise, wie das hier aussieht, vielleicht sogar durch die Risse im Schnee sagen. Das ist vielleicht doch fest irgendwie. Na ja, mal gucken wir weiter. Oh. Oh. Hey, Kumpel. Hey. Okay. Well. Miros. Geoff, cool. W Eine Uncommon Ring, plus 20% Shock Damage. Ja, ne, wir haben den Graven Opel, der, 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 der Range Detect macht, aber wo ist denn diese Wig-Points, von denen die wir sprechen? Ja, aber wir müssen uns schon mal hier reingehen, aber ich möchte noch hier schnell gucken, ob es was zu looten gibt. Ja, also er zeigt dann in die Richtung, wenn ich das recht erinnere, in welcher der Schatz liegen soll angeblich. Naja, das ist jetzt glaube ich nicht ganz viel in dem Haus, aber wir gehen mal da hoch. Oh, hi Freunde. Ich kenne die Richtung,화를 über dir sehen. Oh, shit. Still waiting. Ja, wir gehen jetzt nicht da hoch. Die Leiter lassen wir runter. Die Leiter lassen wir runter. Die Leiter lassen wir runter. Ja, that's quite a relief. Genau, wenn wir schon hier sind. Wollt's ja hier irgendwas geben. Kann ich ruhig nicht viel. Keine Kiste oder sowas. Okay. Ah ne, das war der Wolf dann wahrscheinlich. Was ist das da oben? Okay, was war das jetzt? Keine Ahnung. Mal ein bisschen erkunden irgendwie. Muss auch mal sein. Tincture Kit. Okay. Auch nicht schlecht. Nehmen wir aber nicht. Weil wir nämlich jetzt unverwundbar werden, wenn wir so einen Trank nehmen. Okay. Keine Ahnung, kein Problem. Das ist ein Problem. Ich glaube, der Dootie ist gar nicht so schlimm. Oh, fuck. Wenn man seine Angriffe so schön blocken kann. Ja, alles klar. Ja. So, und jetzt nämlich. Er dreht sich nur in die Richtung. Every time we destroy a Blake Rove, I feel like I need a bath. Not the nicest tree in here. Glacial Loop. Glacial Loop ist immer Shield Damage. Ja, und da oben irgendwo gibt es da eine Ruhe. Und da könnte das auch sein. Könnte auch sein, oder? Na ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen wieder weiter zurück. Und machen mit dem Mainquest mal weiter einfach. Oder halt nicht mit dem Mainquest, will ich wissen, dass wir gerade haben. Ja. 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 be mortal not at all wir gucken uns mal alles ein bisschen an also ist tatsächlich im schnee hier wohl keine spur ich bin hinterlassen also im spiel keine spuren schon schade oder jetzt irgendwie gedacht aber gut dieses spiel legt auf andere sachen augen das ist da nicht scheinbar so wichtig na ist der schon aktiviert er ist schon aktiviert wir waren hier schon und wie immer gehen wir erstmal woanders hin man wird halt sich da konditioniert ich glaube da waren wir doch die ecke oder die ecke und dann war dieses jaja gut wir sind wieder zurück quasi na dann komm dann gehen wir jetzt hier aha neuer beacon wird freigeschaltet gut ein ice cactus okay Ja. Ja, wir sind fertig als der andere. Ah, du hast es geschafft. Arding, wir treffen uns wieder. Antoine, Evka, du bist gut. Und du musst du Rook sein. Ich habe ein paar Colorful Dinge über dich gehört. Und sie sind alles wahr. Und du willst was von uns? Die Elvengäuern verändern die Blight. Darkspawn auch. Es war ein Village, Dometa's Crossing. Sie überrasen es mit der Blight, in einem Moment. Wir sehen die Nachfolge. Whatever sie planieren, ist es schlecht. Und wenn es die Blight betrifft, wir brauchen Warden's Hilfe. Ein Veränder? Manipulation. Das könnte es erklären. Aber... Sie glauben mir? Dass die Elvengäuern hier sind... Und... Es ist viel zu akzeptieren. Aber... Wir schauen uns selbst über die Blight mit der Blight. Es ist... Veränderbar. Ich kann es fühlen. Und deine Geschichte... Es ist viel zu erinnern. Es ist viel zu erinnern. Mhm. Wir denken, unsere Wahrheit und unsere Theories wird nicht gewinnen die ganze Ordnung. Also, was wir tun? Wenn die Darkspawn sind, Deverin könnte helfen. Auch Amongen Warden, er ist ein Monster Hunter. Er wurde auf die Mission. Nicht sicher, was, aber es ist weit in die Mountains. Wir können dir einen schweren Ort. Ich habe jemanden mit guten Wissen. Du finden Deverin. Und wir werden nach der Blight behalten. Mhm. Danke. Beide von euch. Du kannst uns bedanken, wenn das funktioniert. Gehreisen sicher. Wir sind in Kontakt. Alles klar. Also, wir haben jetzt natürlich Englisch. Dann haben wir verschiedene Dialekte des Englischen im Spiel bis jetzt. Wir haben Spanisch. Und jetzt haben wir Französisch. Wir können auch mal einen Language Count machen. Wir sind in Camp. So did some Darkspawn, looks like. The fire's still going. Were they ambushed? Was ist? Einmal. Woüber. Soか. Und jetzt sind wir hier. Was ist? Was ist denn? Did子? Das ist so. Ich werde es verdammt. Ein Griffon. Der Problem ist, er ist nicht sicher, was du bist. Ich bin auch nicht. Rook, Evgen Antoine hat uns geholfen. Wir suchen Davren. Du hast ihn. Du sagst mir, warum du wie ein Darkspawn riechst? Griffons schreit Darkspawn. Vielleicht sie schreit dich. Es gibt Blight auf der Tent. Was? Wo sind Lancet und Remy? Das Camp war öfter, als wir hierher gekommen sind. Hassan, zu den Trennen! Wir können helfen. Versuch, zu halten. Ja, also es hilft mir damit, dass wir die Fude auseinandernehmen. Ich dachte, Gryffins waren extinct. Wir wollen das, um das zu denken. It's why we're training in the middle of nowhere. Oh. Hassan, don't get too far again. Take that as a no. If he even listens, as a mind of his own. Ja, und natürlich, wenn hier in der Wüste sowas steht, nehmen wir das mit. He spotted something. Okay. Das war ein Darkspawn. Die Darkspawn sind ein Teil der Training. Ahsan war ein halbier, richtig? Es gibt keine Zeit für ein halbier. Oh, für Deverin. Warn Whitler, Rare Trinket. Deverin's Weapon Damage ist converted to Fire Damage. Ja, ist doch okay, oder? Also. Ah, ich bin da voll Oberspagel der Nation, ey. Wir könnten einfach so schnell reisen, oder? Ja, wir machen einfach. Wie witzig. Okay. Da habt ihr jetzt bestimmt schon mich ausgelacht, wenn ihr es angeschaut habt. Und denkt euch, der ist so dumm. Der ist so dumm. Okay. Aber er macht tatsächlich ein Feuer. Das ist gut, okay. Ja, dann passt doch. Er ist 100% Pure Fire. Ja, wir müssen, wo müssen wir hin? Darüber. Okay, jetzt gehen wir die Leiter hier hinauf. Ne, wir sind doch gerade runtergegangen. Ey, Leute, wir sind doch. Ja, ich war gerade wieder abgelenkt. Mich hat wieder jemand angerufen, was ich zu schätzen weiß. Ja, ich habe so viele verschiedene Kommunikationswege an. Bin ich jetzt zu doof geworden? Komme ich da nicht hoch? Ja, ja, und bei diesem famosen PC Games Video, wo diese Walker Reporterin da, oder zur Entschuldigung, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wo diese Reporterin eben, oder diese Redakteurin, da ihre Meinung zum Besten gibt. Da, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es voll vergessen, was ich sagen wollte. Super. Super, jetzt habe ich die Leute wieder hier gestrickert und weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Ja, auf jeden Fall hat sie ja selber auch nochmal gesagt, in diesem PC Games Video, ja, dass die einfach moralisch überlegen sind. Ja, die dieses Gender so extrem machen. Und, und, ähm, weil die einfach schon weiter sind, im Kopf, sagt sie, die anderen, die sind doch nicht so weit. Wir werden es vielleicht eines Tages auch mal lernen. Können wir da rüber? Ah. Oh. Genau. Ah ja, genau, genau. Und, und, und das sie irgendwie gestört hat, wie man hier rennen würde, wie man sprintet. Wo ich jetzt nicht verstanden habe, was es hier am Sprinten auszusetzen gibt. Ich finde, man kann vieles aussetzen, aber das Sprinten ist Standard. Ah ja, das wissen wir ja. Gucken wir mal. Cutthroat Sword, Halsabschneider-Schwerte, okay. Auch ganz interessant, oder? Weil, also wir haben plus 30 Verteidigung, was halt auch cool ist, der hat halt mehr Stagger. Nee, komm, wir lassen das an, was wir jetzt gerade haben. Ah, hier, okay. Ahsan, bitte. Ahsan, bitte. Das war er, ja. Okay. Ah. 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 Auch nice, oder? Haha, sauber, sauber, da ist es. Ja, sauber, da ist es. Ja, ganz gut gelaufen. Das ist gut gelaufen. Ja, und der Kampf macht halt, das Kämpfen macht halt richtig Spaß, muss man schon echt sagen. Lost Sketchbook, Horns. Okay. Was haben wir hier drin? Endos Sovessel, 51 Gold. Oh. 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 Aber im Schnee, komischerweise, nichts. Mhm, ok. Wo war die Leiter jetzt? Ah, da oben. Ja, da oben. Watch yourself, there's Darkspawn. Make this quick. We have to get through here. Hassan can help with the fight. Oh, fuck. Oh, fuck. Wow. Oh, fuck. Yeah. Ah! Oh, 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 oh. Oh, Staggart, no. Sauber. Oh, Uncommon Healing grants Resistant on Potion use. Aber Resistant ist doch viel schlechter als Invulnerable, oder? Oh, oh, oh. Weishauptswail, oh. Weishauptswail. Wow, das können wir natürlich mal machen, gell? Haben wir mehr Angriffskraft? This swift blade is favored by the Wardens, garrisoned in Weishaupts' Fortress. The Wardens told you this? I told them. But your first Warden doesn't want our help. He's a stubborn one. The Gloomhowler wants the Griffins. Why? The real question's how it knows about them. Up until now, it only went after Wardens. Now it shows up here with a rabble of Darkspawn? These Griffins are a secret. Okay, also die Greifen sind schon ein bisschen die Geheimwaffe, die die da haben. Die Grey Wardens, die grauen Wächter. Interessant auf jeden Fall. Aha, da haben wir einen Gryphon gesehen. Und da nochmal. Komm, ist das die Geschichte der Gryphon? Ja, oder was? Nee. Die Kämpfe sind schon gut. Macht Spaß. Es gibt ja auch die rechte Seite, die übertreibt. Gibt es ja auch. Mich persönlich stört ja eigentlich nur die Sprache. Und das darf man halt nicht verwechseln. Das ist halt auch... Die Leute gibt es zwischendrin. Das fühlt sich doch besser. Jetzt geht doch weiter. Au hydragend. Ei! Das war's für heute. Das war's für heute. So, sauber. Aber vom Gefühl her ist jetzt trotzdem nicht irgendwie... Aber ich bin ängstigend oder irgendwas in der Richtung. Das muss man halt auch sagen. Ah. Okay. 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 Und jetzt? Wo hat's hier noch Darkspawn? Ich seh halt keinen... Ob bitte keinen Bug. Ah. Ja. Okay. I want this thing's head on a pike. Weishoth's whale. Ah. During combat. Okay. So. Jetzt können wir's nochmal probieren. Machen wir auch. Ähm. Skills. Was haben wir hier? Lightning quiver. Lightning quiver. Projectile control damage. Fünf neue. Siebenneunzwanzig electricity. Unleash a storm of electric bolts that spread across the battlefield. Peppering random enemies. Oder. Hunters focus. Sharpen your focus slow and time and let you aim with high accuracy. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Dass wir zu dieser Specialization kommen. Dann nehmen wir doch mal den Blitz mit, oder? Genau. Hier haben wir neue Items. Aber das ist alles momentan noch nicht nötig, dass wir's anziehen. Was haben wir jetzt? Plus 20% bleeding damage. Ja. Und was sagt das Schwert uns? Aber sieht doch ganz nett aus eigentlich. Ja. Passt. Confront the gloom. Hauler. What is that? Meet the gloom hauler. Exploding Darkspawn? What is this? Like I said, this blade's different. Everything's wrong. I can hear the other Griffins. Let's get in there. More Griffins. We have to get them out of there. Yeah. Can't. Some kind of blood magic on these locks. Yeah. Can't. Whoa, whoa. No! Keine Heilung dabei. Oh God. Das war's. Oh, fuck. It's all. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, man. Oh. Wow. Blightkiller, rare longsword, for Darwin. Oh. Okay. Oh, fuck. Das ist ja ein riesen Ding. Das ist ja für Darwin. Deverin ist ja das doppelt und dreifach stark hier. Attack my targets, a place vulnerability to fire. Deverin, mein Sohn, du hast das beste Schwert gefunden. Das mal doppelt so gut war wie das vorherige. Und dann noch Deverin, das ist doch Deverin hier, oder? Na, ja, ja. Boah, verrückt, ey. Cool. Boah, cooles Schwert. Sehr nice. Achso, Moment, wir können nochmal ein Level vergeben. Machen wir natürlich auch gleich. Was haben wir hier? Arrows gained after defeating an enemy plus 2. Okay, na gut. Weak Point Damage plus 10. Charge Bow Damage plus 10%. Klingt auch alles nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wir machen mal das hier in Vorbereitung. Auf, ja, diesen Skill Tree. Moment, wir wollen noch ein bisschen gucken. Ihr wart jetzt so lange gefangen, liebe Greifen. Jetzt könnt ihr die Sekunde auch noch warten. Ja, die drauf haben. Knowledge wird. Oh, das ist doch. Das ist doch noch neuer. Das ist doch noch Mrs. Schmerz. Wir werden dann da. Das ist doch noch nicht. Ja, das ist doch noch. Ui! Leave these animals alone. They aren't yours. They've always belonged to me. No! Mortal threats are a dull blade. There are only 13 griffins alive in Thedas. That monster just took 12 of them. What if we could help get them back? I'd ask. What's the catch? I need a monster hunter for the Blight to end all Blights. The First Warden agreed to this? The First Warden is wrong. The First Warden is wasting time, treating this like any other Blight. We can't wait for him to take action. Going against Weishaupt's orders? I don't have a choice. There are powerful mages behind all this, and we have to hunt them down. Well, you did save Asan back there. So you're no lightweight. And if you can help get the other Griffins back. He likes the idea. He's hoping you brought food. Alright. Come on Asan. Let's get to know our new friends. Let's get into it. Let's get into it. Bösen sind alles weiße Männer, oder? Also du kriegst dich ja schon gut aufs Brot geschmiert. Einen Hass und der ist mir fremd. Keine Ahnung, ich kann das gar nicht so nachvollziehen, warum das da so sein muss, aber gut. A Warden's best friend. While seeking an ally in the Grey Wardens, the team met Devrin and his young griffon, Ahsan. But disaster struck when a terrifying monster, the Gloomhauler, stormed the griffon Arie and Kipnet Ahsan's brothers and sisters. Devrin agreed to join the team on the condition that they continue to hunt the Gloomhauler and rescue the missing griffons. Das werden wir halt machen. So, this is where you live, huh? In the Fade? Yeah, it's cozy. And the gods can't find us here. Right. I'm never going to get used to that. We'll find you in Ahsan a nice... Rook! What's wrong? It's bad, Rook. Theia sent word. The Neviso's under attack by a blighted dragon. Dammit. The one we saw at Demetis Crossing. It has to be. Nev, I'm... What is it? We heard from the Viper right after the Crows. Another dragon is attacking Minrathis, too. It's... No. You got back just in time. Mm-hmm. What about the gods? Any sign of the gods? Two dragons at once can't be a coincidence. If it is, the Shadow Dragons and the Crows didn't say anything about it. Last time you saw the dragon, the gods were nearby, no? They'll be lurking somewhere. Treviso's a merchant city. It has no defenses. And the canals run everywhere. If we don't stop that dragon, people will die. Innocent people. My people. They either die right away from the dragon, or slowly after, from blight in the water. We need to go to Treviso. And leave Minrathis to burn? Nev. The Shadow Dragons will fight, right to the end of it. But we're the only ones keeping the Venatori in check. And if we fail, the Venatori will take advantage. They'll make a push for the throne. And hand the gods the entire Tevinter Empire. Oha. What kind of dragons are they? Is there any chance we can... Damn it. There's no time. I need to go home. I need to be in Minrathis. And I must go to Treviso. Go where you feel you must run. We can all wait. What's our move, Wroc? Oh, wie witzig, oder? Gute Frage. Ich finde eigentlich beides interessant. Ja. Da kriegen wir dann halt mehr Dinge bei den Crows. Kommen wir helfen Minrathis. Ja, was soll man machen? Ja, I know. I don't like it either. But if the Venatori take control of Tevinter, it's gonna get a whole lot worse. That said, two of you should go to Treviso. See if you can help Lucanus get the civilians to safety. And we'll head to Minrathis. Understood. Let's all try to make it through this alive, all right? Also, Niamh ist auf jeden Fall dabei. Luzanis geht nicht. Ja, wir könnten Devrin tatsächlich nehmen. Oder wir nehmen Harding. Und Valara, ja, weiß ich einfach nicht so genau. Ja, aber die ist halt die Heilerin, gell? Und Harding ist die Heilerin. So habe ich sie ja eingestellt. Und er ist halt nicht der Heiler. Und dann haben wir ein Problem. Ihn kann man auch gar nicht als Heiler machen. Ja, muss ja auch nicht sein. Aber ein Heiler sollte dabei sein, da wir ja gelockt sind. Ja. Weiß gar nicht, was hier gut wäre. Der Firmabuff ist doch ganz nice, oder? Ja. Ja, und wir sehen es ja eh. Wir sehen die ja nie kämpfen, großartig. Ja. Armor Breaker. Armor Breaker ist halt nicht schlecht. Ich finde Armor Breaker sogar ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Ja, weil diese Armor ist halt schon ein bisschen blöd. Assan Strike. Call in Assan to attack from the skies above. Deals bonus Armor Damage Noxdown M. Ja, das ist schon nicht schlecht. Machen wir das. Ah, Assan macht nochmal einen zweiten Angriff. Ja, also. Machen wir die Geschichte. Das ist gut. Ja, aber ich hätte gerne eine Heilerin dabei und das wird dann Harding sein. Apply Sundered, detonate Sundered. Die beiden passen doch auch gut zusammen. Das machen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, also.